Wir kommen zu einer weiteren Folge von Angeschaut und Ausprobiert und ich starte wieder mit der Spielauswahl. Dungeon Hunter ist es heute auf jeden Fall nicht. Dungeon Party Simotrans und Might and Magic Kieros Online. Okay, da bin ich mal gespannt, wie viel Gigabyte das runterladen möchte. Auf jeden Fall ist es, glaube ich, kein MMO, sondern eher, dass man mit so einer Heldentruppe dann eben wie bei Might and Magic eben durch die Gegend zieht. Aber ich werde es gleich herausbekommen. Okay, das braucht nur 86 MB, also ein sehr kleines Spiel. Also mal gucken, ob es danach direkt spielbar ist oder ob das eher so ein Pre-Install ist, der dann weitere Daten nachzieht. Ja, also dann willkommen zu Might and Magic Kieros Online. Wie ich gerade festgestellt habe, habe ich das Ganze schon mal gespielt. Leider lassen sich die Accounts nicht in der Form verbinden, sodass ich meinen anderen Online-Account nicht hier rüberziehen kann. Das heißt, ich muss mir hier einen neuen anlegen, den ich dann mit Steam bespielen kann und den ich dann mit euch hier sozusagen gemeinsam anschaue. Dann ist zwar auch nicht so ganz der Fall, dass ich das Spiel das erste Mal spiele, aber es ist schon so lange her, dass ich mich wahrscheinlich kaum an irgendwas erinnern werde. Wobei mir fallen da irgendwelche Heulenhunde oder sonst irgendwas ein. Aber mal schauen, wie schnell und dynamisch sich das Spiel dann tatsächlich gespielt hat und vor allem die einzelnen Levelaufstiege geklappt haben. Aber jetzt erst mal, ja, mein Name Spielephilosoph ist auf jeden Fall nicht verfügbar. Der ist sozusagen blockiert. Ich mache einfach wie bei dem anderen, mache ich Spielephil und gehe damit einfach ins Spiel. So, nachdem ich jetzt vorhin schon mal überlegt habe, wie alt ich bin, nehme ich einfach mal an, ich bin 38, so in der Dreh. Plus, minus ein paar Jahre dürfte ja nicht so wichtig sein. Und Serverausfall gibt es eh nur einen. Also, auf geht's. So, wahrscheinlich werden jetzt noch verschiedene Butch-Elemente heruntergeladen, dass es dann noch einen Augenblick dauern dürfte, bevor ich lokal irgendwo ankomme. So, schaut regelmäßig vorbei, ob ein Ereignis im Gange ist. Ja, mal schauen. Fraktion, Ruhm und Rechenschaft sind die Prinzipien, in der sich die Streiter des heiligen Falkenimperiums verschreiben. Zur Ehre des Drachens, des Lichtwurfs und alles auszumerzen, was böse ist. Und die Bösen. Was elffeuchtvoller Spinnkönigin sagen, die Nekromanden von nah herrscht dem fleischigen Gelüsten des Lebens. Auf der Suche nach eigener Perfektion heilen sie die Mysterien des Todes. Heißen sie die Mysterien des Todes willkommen. Ja, dieses Mal wähle ich die Nekromanten. Todesritter hält der Macht. Machthelden braucht eine gewaltige Armee auf, die viele Kreaturen besteht und gewaltige Menge Schaden. Todesritter stärken ihre Armee mit finsteren Taktiken und Todesritter nur einmal Brunnen handeln, unterstützen ihre starken Armeen. Die Nekromanden handeln mehrmals Brunnen und lassen den Feind so nicht zu Atem kommen. Magiehelden haben kleinere Armeen, setzen aber ein viel zu an mächtiger Zauber ein. Also Magie, da bleibe ich dabei. So, ein Porträt wählen. Männlich, weiblich. Okay, ich bleibe bei männlich. Und, ah ja, die Spielfarbe. Dafür lieber das saftige Grün. Ach, jetzt muss ich noch einen neuen eingeben. Immer dieses anstrengende Namensgesuche. So, dann mache ich SP Necro. Einfach, um das mal zusammenzubringen. So, während der Zeit habe ich jetzt erstmal die Doodle-Musik ausgemacht, damit ihr mich besser hören könnt. Und, oh, da geht es schon los. Drachenretter, dieser Nekromand, glaubt ihr, wir haben gefunden, was wir gesucht haben. Wir werden es bald wissen. Also halten wir uns abseits und schauen zu, wie immer. Ja, ja, genau. Schaut mal zu und lasst mich mal machen. Oh, was für ein Lärm. Gut, da kann ich nichts einstellen. Da kann ich was einstellen. Optionen. Musik-Lautstärke. Und Effekt-Lautstärke. Okay. Ich denke, so ist es besser. So, Sound wieder einschalten. Einführen, manuelle Motierung, Schlacht-Animationen. Die Geschwindigkeit Schlacht-Animationen mal ein bisschen höher stellen. Optische Effekte, zusätzlich optische Effekte. Helden-Auswahl. Ah, ja. Da muss ich einiges verdienen. Oder hoffentlich kann man die überhaupt sammeln. 50 Heldensiegel. Wieso ist jetzt eigentlich noch die Musik an, wenn ich sie doch gerade eingestellt habe, dass sie nicht da sein sollen? Also, lieber auf 0 und so. Okay. So, ein Klick bringt euch zur Schlacht. Diese Gruppe einladen. Rangliste. Online-Status. Heldentaten. Meine Heldentaten. Das sind noch nicht viele. Dann Freundesliste. Gilde. Postfach und Chat ein Ausblenden. Na, also. So sieht das schon mal sehr viel besser aus. So, besiegt den Greifenwächter. Okay, das ist dann sowieso meine erste Aufgabe. Und dann starte ich jetzt auch gleich mal den Timer wieder, damit das natürlich dann, ich nicht länger als eine Stunde mich hier im Spiel aufhalte. Also, auf geht's. Schlacht Espiniko gegen Greifenwächter. Gefahr Boss. Rückzug. Nein. Kampfkraft 390 zu 370. Schützt eure Armeen in dieser rundenbasierten Schlacht. Euer Held hat immer den ersten Zug, greift von der Seite des Schlachtfelser und können nicht angriffen werden. Gut. Klickt auf das Feld, auf dem der Feind steht, den ihr eingeladen wollt. Orange Kreise. Und er ihn gekennzeichnet. Zack. 360 Schaden. Aber er ist noch nicht tot. Jetzt könnt ihr den Feind mit einer eurer Kreaturen angreifen. Ah, okay, das ist ein Fernkampf. Sehr schön. 312 Schaden. Wie viel Schaden hat der denn noch? Oder wie viel Lebenspunkt? 1882. Das dauert noch eine Weile, bis der hinüber ist. Das heißt, da muss ich erst bis dahin bewegen und kann dann angreifen. So, jetzt bin ich wieder dran. Kann ich hier schon irgendeinen Zauberspruch... Ah, hier ist die Reihenfolge, wer wann wie angreift. So, 320. 1280 hat er noch. Und ich bin wieder dran und danach ist der Greif dran. So, mal schauen, ob ich ihn jetzt schon klein bekomme. 927 Schaden hat er noch. Und ich darf ihn noch zweimal angreifen mit meinem Magier. Das heißt, das sollte eigentlich soweit reichen, dass ich ihn erledige, bevor er meinen Einheiten zu nahe kommt. Und weg. Rettet mit Ugrill. Aufgabe beendet. Aufgabe besiegt den Greifmächter, erfüllt. 35 Erfahrungspunkte. Meine Helden bleiben und die sind getötet. Also, keine Verluste erlitten. Weiter geht's. Stufe 2 erreicht. Verbesserte Heldenwerte. Heldenunterstützung plus 34. Defensiv Fertigkeiten verbessert und Mana Kosten vermindert. Kreaturenpotential pro Einheit für die Schlacht hat sich gesteigert. Fünf mehr von Basis. Die Menge pro Einheit der Elite-Kreaturen und Meister-Kreaturen. Hör zu, Neko. Die Kräfte des Chaos haben die Kerkerinsel Namathoskrallen in Aufruhr gestürzt. Einen Aufstand aus Räumen und Gefangene flüchten. Ihr müsst einen Auftrag von großer Wichtigkeit erfüllen, aber er muss geheim bleiben. Dass der Goppen-Räte ein Gefangener ist, der Verwandlung in ein Gehul verurteilt wurde. Bring diesen Verräter zu mir. Also gut. Auf die Jagd nach dem Verräter. Was waren das für Zauberbücher? Fähigkeiten, Necromantie, Necromantie, Kriegsführung, Verteidigung. Okay. Klickt, wenn ihr euch unterhalten wollt. Redet mit Garde für Belohnung 3, Baugenehmigung, gut gemacht. Bevor ich euch helfen kann, müsst ihr etwas für mich tun. Na dann, sag mal was. Geht zum Stadteingang dieser Provinz, baut in der Stadt Friedhof, werbt Skelette in der Stadt an, sucht auf Garde für Orek. Okay. Genau, dieses Rundbewusel geht zum Kapitel 1. Namatarus Krallen. Dieses Objekt ist Teil einer Aufgabe. Auf den Verstaubten Überresten einer ehemaligen Sinne könnt ihr den Grundstein für eine neue Stadt legen. Sie wird ein Knotenpunkt für Unternehmen eurer Armee sein und mit allem versorgen. Gut, bauen wir eine Stadt. Ach, Mikrocity. Kann ich hier Leerzeichen benutzen. Gebäude. Um Gebäude zu errichten, braucht ihr einen verfügbaren Bauplatz. So, genau, ich sollte den Friedhof bauen und dort kann ich, dann nehme ich Einheiten. Ah ja, das braucht eine Weile. So, in der Garnision kann Kreaturen aufnehmen, die von 70 Kreaturen eingenommen werden. So, plus 95. Teilt die Skelette auf und legt ein Teil auf den freien Platz. Also 55 ist maximal, was ich auf einer haben kann. So, eigentlich dann plus 40. Friedhof, Skelette, Kapazitätsganze erreicht. Skelette, Menge pro Intervall maximal zu 120. Klick zur Anwägung und drücken hier, bestätigen. So, das heißt, ich habe 80 Skelette in Reserve für beide Mannschaften. Aufgabe wurde erfüllt. So, das dauert jetzt eine Stunde, bevor ich wieder neue Skelette bekomme. Und Kasse gefüllt, Gold in der Stadt. Das ist auch Maximum. Das heißt, es ist auch Zeit, hier einzusammeln. Und hier kann ich letztlich dann einfach ein paar Einheiten zwischenlagern wahrscheinlich. Weiteres Gebäude kann ich aktuell nicht hinzufügen. Gut. So, sucht Garde für der Orog auf. Na dann, Garde für der Orog. Ja, ich habe es schon erledigt. Was ist das? Wird geladen. Sonderangebote. Ja, das sind halt das übliche Free-to-Play-Gekrimse. Und benutzbare Ausblenden. Feldenanpassung Rohstoffe beenden. So, der Gefangene ist schon aus der Kontrolle geraten. Wir müssen die Ordnung wiederherstellen und seine Männer befreien. Für diese Aufgabe werden oft hilfreich Gebole und Pfeile auf der Minikarte angezeigt. Na dann, gehen wir doch mal dorthin über Zoom. Geht jedenfalls hier nicht. Sound aus Hintergrund ein- ausschalten. Ja, der normale Sound ist okay. So, jetzt habe ich schon 70 davon. Ihr habt die Beisang-Bucht entdeckt. was ist das? Was ist das? Halbungsstufe 5 will ihr die Arena ziehen könnt. Ah ja. So, teleportieren bereit zur Stadt, vergessen Orte, öffnen die Puzzlekarte und einhalten zu diesen vergessenen Orten. sieht noch nicht so aus, als wäre hier schon irgendwas angekommen. Das ist eine Puzzlekarte. Manche Obelisten sind inaktiv, andere aktiv. und dafür brauche ich dann irgendwas hiervon. Der will mit mir sprechen. Wir müssen die Ordnung wieder herstellen. Fortfahren mit Klick. Okay. Also. Auf in die nächste Schlacht. 450 zu 270 zeigt vor Beginn der Feinde aber kostet 25 Punkte. Naja, ich hoffe mal, dass ich den trotzdem sobald jede kreativieren Zug gemacht hat, beginnt der neue Runde. Ja. So, das heißt, meine Bogen schützen kommen erst später dran. Zack. Es sind schon mal ein paar gefallen und der agiert von alleine. Können wir näher den Feind ziehen und sie es noch in der gleichen Runde angreifen. und bei dir das gleiche. So, jetzt sind nur noch drei übrig. Wieso haben die jetzt eigentlich ich dachte, ich hätte erst später angreifen können. Aber dann wird Zeit, hier hinten noch ein bisschen aufzuräumen. Damit die auf jeden Fall nicht allzu viel angreifen können. Okay, sie konnten auf jeden Fall noch nicht angreifen. Schaden 122, 151 bis 185 Ja, dann lohnt es es auf jeden Fall den erst mal auszuschalten und dann möglichst den nächsten noch klein zu bekommen. Primär fassendlich Magie. Oh, jetzt kriegt er einen Angriff. Drei verloren. So, damit er den Fernangriff machen kann, muss er letztlich ein bisschen zurückweichen. Eure Kriterien haben Besonderfähigkeiten, die mehr Schaden als ihr Standard Angriff anrichten können oder andere Vorteile haben. Setzt ihr ein, um euch Vorteile in der Schlacht zu verschaffen. Gut. Zehn Erfahrungspunkte, Stufe 3 aufgestiegen. So, umschlingende Speere. So, die 3 werden jetzt glaube ich automatisch wieder aufs Stufe 3 erreicht. Gut. wieder 5 mehr, das heißt, ich kann jetzt mit bis zu 60 angreifen. Nutzt eure Fähigkeiten, um neue Fähigkeiten zu lernen. Ja, dann mal gleich schauen, was ich denn damit, wie Kreaturen kann auch euer hältmöchtige Fähigkeiten lernen. Aktuell habt ihr genug Fähigkeiten, um 2 neue zu lernen. Fügt der anwesenden Einheit gesteigerten Schaden zu. Die angezeigte Einheit für Kreaturfähigkeiten zu nutzen. Reanimiert das Ziel, wenn es sich um eine untote Basiskreatur handelt. Lässt gefallene Kreaturen wieder auferstehen. Aufladezeit 2 Runden. Wenn diese Einheit Schaden hat, wird er stark aufgerufen, aber die anvisierte Einheit kann dennoch keine Gegenwehr leisten. gibt der anvisierten Einheit in dieser Runde einen zusätzlichen Zug gleich nach ihrem ersten Zug. Das klingt doch gut. Angriff steigert die Zugweite aller verbündeten Einheiten. Bewegungsgeschwindig bewirkt es die anvisierte Feindeinheiten, die sich im Nachkampf angreifen bewegungsunfähig macht. Also Kriegsführung gibt einen zusätzlichen Zug. Das wäre auf jeden Fall schon mal wichtig. Jetzt wird eure zweite Hähigkeiten Fähigkeit und lässt feine Kreaturen wieder auferstehen. Das wäre auf jeden Fall auch gut, weil dann verliere ich die Einheit nicht unbedingt. Aber was sind die anderen beiden gewesen? Mehr Schaden durch mich und hat keine Hinsicht auf die Fähigkeiten, die immer aktiv sind. Die Anvisierte genau Kreatur Fähigkeiten. Soweit. Dort liegt etwas herum. Gold. Kleiner Vorrat an Gold. Elf Gold Münzen eingesammelt. Wo ist mein Gesamt Gold Vorrat? Der muss ja hier auch irgendwo stehen. Das sind nur die großen. Ah, oben. Da sind die Ressourcen. Was ist mit dem da? Fähren zu den Mohren der Verdammnis. Ihr habt gegenwärtig keinen Zugang zu diesem Gebiet. Die fährelieb momentan still. Der Hosen hat alle Kaiwachen abgezogen um die Aufständischen ab. Ich fechte um meine Kollegen. Sammelt Küstenmächter, redet mit Ruhestenmeister, redet mit Gildenführer Orok. Okay, also erstmal besiegt die Hafenaufständischen. Jaja. 1300 Kampfkraft. Angriff. Wenn ihr euren neuen Helden einsetzen wollt, fliegt auf die gewünschte Fähigkeit. Eigentlich könnt ihr auch das Zauberbuch benutzen. Und was ist das da? Oh, da kann ich noch Sachen kaufen. Basisreanimation. Und naja, und das sind die normalen Hauptlingsorder. So, dann kann ich dich zweimal angreifen lassen. Das Wirken macht Zauber verbrauchten Mana. Ihr solltet eure Mana-Leiste im Auge behalten. Nach vielen Gefechten werdet ihr mit Mana-Drecken belohnt, die eure Mana-Vort in der Schlacht auffüllen können. Okay, ist die Frage, wie sinnvoll es ist, den Angriff zu benutzen. So, aber jetzt kann sie gleich nochmal angreifen. Und die Einheit kann nicht angreifen. zumindest kann ich den nicht angreifen. Habe ich keine Sichtlinie bis dorthin. So, wer greift hier zuerst an die 12? Das heißt, der kann nicht angreifen, er kann sehr wohl angreifen und der kann auch nicht angreifen. Der hinten schon. Okay. das heißt zuerst ihn 6 bis 7 oder 7 bis 9. Was hast du da jetzt eigentlich gemacht? So, dann nehme ich dich jetzt noch weiter runter, damit du wenig Schaden machen kannst. Null Schaden. Ha, und gleich ausgelöscht. Okay, dafür ist jetzt 4 verloren. So, von dir aus Angriff Gegenwehr 2 bis 3 und jetzt 8 bis 10 und den kann ich nicht angreifen, aber den kann ich angreifen. So, und zwar ohne, dass er eine Gegenwehr machen kann. So, der nächste Flanken Angriff 9, die sind auf jeden Fall dann hinüber. So, dann kann ich jetzt gleich mal mein Wiederbeleben Basisreanimationen. Halt, 460 Schadenspunkte und damit 4 wieder auferstanden. So, jetzt ist er dann am Zug. Mal sehen, wie viele dadurch ich will nicht verliere. 60, 58, ah, er hat es gar nicht geschafft anzugreifen, naja, aber es gab einen Gegenangriff. So, 0 gefallen, 5 bis 6 Flankenangriff. Ah, genau, das heißt, ich kann ihn hier von der Seite angreifen und habe dann deutlich mehr Schaden. Allerdings ist er dann noch nicht hinüber. und so kann ich ihn auch komplett besiegen. Gewonnen. Habe ich immerhin nur zwei Einheiten verloren, statt in dem Fall eventuell sechs. so, sammelt Küstenwächter. Küstenwächter. Danke, dass ihr uns befreit habt. Okay, die sind eingesammelt, was auch immer das bedeutet. Und dann den Rüstungsmeister. Da nehmen wir jetzt hin. Beertungsbehalt wieder Nekamand. Okay, das heißt, bei dem kann ich auch mit etwas einkaufen. Und jetzt soll ich mit Gardeführer das Ganze abschließen. Gut. So, wie geht's weiter? Redet mit den Rüstungsmeistern. Okay, da ist wieder Gold. Da unten ist auch wieder Gold entstanden. Okay, scrollen kann ich hier nicht, muss immer zu Fuß laufen. Da leuchtet doch schon wieder irgendwas. Fährmann wäre zu dem Mord der verdammt ist. Okay, dann werden die doch nicht angezeigt. Aber jedenfalls auf der Karte werden sie nicht angezeigt. So, dann muss ich die dann manuell einsammeln. Da oben ist noch noch ein bisschen Gold. Nur nichts rumliegen lassen, alles schön aufräumen und einsammeln. So wie es nach Hiros Manier ja auch immer der Fall war. Das heißt, dass man alles, was irgendwo auch nicht nagelfest ist, mitgenommen hat. Da ist ja der Rüstungsmeister immer noch, mit dem ich reden soll. Also, was hast du? Artefakte anlegen, haltet den Mauszeug über handgefertigte Lederkappe und klickt auf den Kaufen Button, wenn ihr den Artikel kaufen wollt. Verkaufen, kaufen, ah, okay, das ist die handgefertigte Ledermappe, Ausrüstung, ausrollen, habe ich alles nicht. Naja, Eintaler ist ja jetzt nicht so schwierig. Verkaufen, Ausrüstung, wird nicht angezeigt. Rückkauf, zurück. Besitzt die Lederkappe, legt die handgefertigte Lederkappe an. Ihr könnt das Artefakt anlegen, wenn ihr euer Inventar öffnet. Ne, das ist nicht das Inventar. Nein, auch kein Spieler einladen. Okay. Achso, ja, auf Symbol klicken, alles mit Mausbedienung. Gut, klickt auf die handgefertigte Lederkappe und legt sie an. Die bringt mir jetzt etwas mehr Magie, Heldenunterstützung und Geisteskraft und Artefaktwert 33. Ja, das ist doch schon mal ganz gut. Wieder etwas mehr, etwas fitter und etwas stärker. So, Besiegt Blockade aufständische Reddung mit Garde Füße. Okay, wie gehabt. Warte mal, mehr hast du nicht zu verkaufen. Ich suche noch die richtige Lage für mein Geschäft. Na gut, in der Nähe meiner Garnison. So, eingesammelt. Da oben gibt es noch mehr einzusammeln. Hier gibt es nur Gold zum Einsammeln. Kristalle oder so weiter gibt es bisher noch nicht. Eine Baugenehmigung habe ich noch. Eine habe ich für die Stadt gebraucht, eine für das Teil innerhalb der Stadt. Da unten gibt es auf jeden Fall noch aufständische Gefangene. Und was gibt es da? Ein Küstenwächter. Wir sind dankbar für eure Hilfe. Wir kämpfen an eurer Seite, um die Herrschaft über Dings wieder zu gewinnen. Da muss ich mal kurz in meine Stadt gucken, weil dann müssten die ja irgendwo angekommen sein. Garnisonen? Ne, da sind sie nicht. Das sind nur Skelette. Menge pro Intervall fünf. Ach hey, es werden bloß fünf Stück wieder hergestellt pro Stunde. Neue Gebäude kann ich auch noch nicht hinzufügen und steuern sowieso nicht. Menge pro Intervall in sechs Stunden und ein Intervall kann ich nur benutzen. Ja, ja, das sind so diese Free-to-Play Aufbau-Elemente und jetzt muss ich den ganzen Weg wieder zurücklaufen oder beziehungsweise wieder nach vorne laufen. Das wird der Grund gewesen sein, warum ich wahrscheinlich dann damals doch nicht allzu lange weitergespielt habe, weil es doch alles dann ziemlich langwierig ist, immer wieder aufzuladen und weiterzuspielen und die Frage ist, mit welchen kleineren Zwischenquests man dann die Zeit überbrückt, bis irgendwelche Bauvorhaben abgeschlossen sind. So, der Wegweiser. Bei Sang Busk und Kerker. Und es kommt dann noch dazu, dass hier auch irgendwelche anderen Leute die Kämpfer wegmachen können. Zumindest sieht es so aus, als hätte da jemand anders den Kampf abgeschlossen. also Blockade aufständische. Es gibt kein Verbrechen, das die Gräuel des Kerkers rechtfertigen würde. Liegt binnen sieben Runden. Na gut, schauen wir mal, dass wir das hinbekommen. Schlachtziele zeigen euch, was ihr tun müsst, um die Schlacht zu gewinnen. so ist die Frage. Ich habe jetzt 8 bis 10, der hat nur einen Gefallenen. 8 bis 10 Gefallene und 11 bis 14. Der kommt eh erst ziemlich spät dran. Also erstmal wichtig, die hier ein bisschen zu dezimieren. Hintergrundsangriff. Wer bist du denn überhaupt? Ah, die Gefängnisaufseher. 7 bis 8. Das wäre natürlich schön, wenn der schon weg wäre dann. mit dem habe ich auf jeden Fall nochmal 309, 242. der bleibt noch einer stehen, da bleibt keiner stehen. Das ist auf jeden Fall sicher, dass der nicht stehen bleibt. 14, 18. Die haben auf jeden Fall Angriffsmöglichkeiten, die haben eh keine Angriffsmöglichkeiten, zumindest nicht für den vorderen. Der dort schon eher. Zwei verloren. So, 452. Dann machen wir mal den hier weg. Hintergrundsangriff. Ich weiß gar nicht, warum ich den nicht steuern kann. Zumindest kann ich den mit reinreißen, das lohnt sich ja gar nicht. Dann machen wir mal den hier weg. Und den mit dem 18 zumindest minimieren. So, da kann ich auf jeden Fall auch den ausschalten. Dann kommt er nämlich gar nicht mehr zum Zug. und welchen jetzt der 31er, dass der nächste der angreifen kann. so, da wird es auf jeden Fall jetzt wichtig, da nochmal meinen Necromanta einzusetzen, damit da ein paar wieder hergestellt werden. 7 bis 8, die 5. Ja, zuerst mal die 13 weiter minimieren. So, den rausholen. Und dort die 5 bis 6. Dann lieber die 5 erledigen. Und jetzt die Wiederherstellung. Ha, cool. Sogar bis 60 wiederhergestellt. So, die 6 sind hinüber. Und dann noch den einen erledigt. Sehr schön. Keule des Kerkerwerters. benötigt Heldenstufe 4. Naja, kann ich noch nicht einsetzen. Keine Verluste. Ja, dann waren die Kerkermeister sind sowieso dann nur vorübergehend. Das heißt, die hätten wir eh nicht so viel genutzt. Gut. Nochmal zwei Baugenehmigungen und mehr Holz. Gut. Auf in den Kerker. Aha. Und jetzt habe ich schon Schub 4 erreicht. Dann kann ich jetzt auch die Ausrüstung anlegen. Und einen weiteren Fähigkeitenpunkt. So, mal schauen. Hier kann ich noch nichts. Fähigkeiten. Also ich muss mindestens drei verbraucht haben, bevor das freigeschaltet wird. So, dann würde ich mal sagen, das hier. Ist es eigentlich eine passive oder ist es eine aktive Einheit, Fähigkeit. Verteidigung. Na ja, dann nehme ich mal den Schaden, dass ich dort ein bisschen mehr austeilen kann. und genau, jetzt noch die Verbrauchsgüter anlegen. Sehr schön. Also weiter nach oben. Ihr habt Kerker entdeckt. Wir brauchen keinen Helden, wir brauchen eine Armee. Ja, deswegen gehe ich ja auch nicht allein, sondern kommen ja auch andere noch mit. Dem kann ich nichts machen zu diesem Objekt. Okay. So. Geht zum Start ein mit Holensbaut der Stadt Gruft, werbt an und besitzt Gule. Also gut, zurück zu meiner Stadt und Gule bauen. Also Gruft bauen und dann Gule ein. sammeln. 30 Sekunden. Die Zahl im grünen Kästchen unter der Kreatur zeigt die Anzahl der Kreaturen pro Einheit an, die ihr höchstens in die Schlacht führen dürft. Die ersten Kreaturen bilden eure Serben werden im grauen Kästchen darunter angezeigt. Ja. Dieser Platz kann was? Dieser Platz kann nicht mehr Kreaturen aufnehmen. Der Kreaturen hat ein Maximum von 200 erreicht. Gut, dann müssen sie wieder gleichmäßig verteilt. die Gruft ist erstellt und ich kann jetzt die anwerben. Solange ihr keinen freien Platz habt, könnt ihr das nicht weiter benutzen. so, das heißt 65 ja und die anderen in die Garnision werbt neue Kreaturen an. So, das heißt, die müssen auch gegen Gold überhaupt erstmal angeholt werden. Unreine Berührung, Basis und Tod. Aber die haben dann jetzt keinen Fernkampfangriff mehr. Na ja, mal schauen. Hoffentlich sind sie trotzdem stark genug und halten ein bisschen was aus. Ausbau zu Stufe 2 Rathaus. Bin noch nicht ganz fertig. So, Rathaus Ausbau. Das heißt, die Zeit wird Bauzeit 5 Minuten Lagen Kapital auf 260 und ein zusätzlicher Bauplatz. Aufgaben wurde erfüllt. Kehrt jetzt zurück. Wenn ihr neue Truppen anwerben wollt. So, das heißt, das alle. Ah, Portal zum Kerkern. Wie benutze ich denn das Portal, um zum Kerkern zu kommen? Handel Handel kann ich auf jeden Fall mir noch ein paar Stiefel kaufen. Das sind vergessen Orte. Stadtangang, Meister Portal zum Turm der Blasphemie. Ah, okay, das da ist das Portal. Portal zum Kerker. Gut. Naja, da muss ich doch nicht alles immer so weit laufen. Aber gegen die kann ich jetzt auch nicht wirklich irgendwie angreifen. Was sind das denn? Aufgabentafel. Hier wartet eine Aufgabe. Dialog wird geladen. Oder auch nicht. Der Dialog ist höchstens gestorben. Kann ich irgendwas anderes in der Zeit machen? So, und Käse. Wieso brauchst du denn so lange, um Dialog zu laden? Okay. Dann starte ich mal neu ins Spiel, ob der irgendwas dann hoffentlich korrigieren kann. die die me auch in das geht, wie Ich bin für über was nicht oder was das war. Ich asshole. Ich bin Ah ja, jetzt ist die Aufgabentafel da, vorhin ist sie irgendwie nicht angezeigt worden. Also, Stadtaufgaben, umherstattende Kreaturen auf die Provinz, verschreckende Kaufleute, besiegst aufständische Gefangene, Expertenschlacht, sucht nach, sucht auch Aufgabentafel, besiegst Flüchtlinge, Gebirgflüchtlinge, tötet Flüchtige, Gehule, 43. Es ist natürlich die Frage, wie viel ich sammelt und liefert unbedeutend Artefakt. Das bringt Holz, das bringt Gold. Nehme ich mal die aufständischen Gefangenen mit. Kann ich noch mehr annehmen? Ja. Kann ich alle annehmen? Ja, sehr schön. So, dann schaue ich jetzt aber mal weiter hin zu Oberaufseher. Ahrabarak. Hafen und untere Marschen. Seelenjäger. Jetzt habe ich keine Aufgabe für euch. Okay, die Grünen sind potenzielle Auftraggeber. Kerkerwärter. Ich frage mich, wer all die hohen Todespriester von der Insel entkommen sind. Okay, also. Oberaufseher. Barak. So, Heldensiegel. Gut. Redet mit Heldensiegelhändler. Besitzt Kombi-Scherbe drei Tage. Sucht auf Orak-Attan. Geht zum Händler und kauft eine Kombi-Scherbe drei Tage. Diese Scherbe wird euch auf eure Reise unschätzbare Dienste leisten. Also, Heldensiegelhändler. Der da. Ah, die Kombi-Scherbe-Tage dauert null. Kostet nix. Zumindest ein Stück Erfahrungsschub 100%. Schnelligkeit 60%. Wirkens dauert drei Tage. Naja, dann wirkt sie jetzt zumindest noch die letzten 20 Minuten. Okay. Nächste Quest erledigt. Abgeschlossen. Erreicht den Turm wieder Turmtreppe. Beschützt Signalgeber. Sucht auf Signalgeber. Na, dann mal los. Aufständische Gefangene. Zerstört Barrikadenfändigkeit einer Einheit Orkischer Gefangener. Gefahr normal. Angriff. Okay, zerstört die Barrikadenfändigkeit einer Einheit Orkischer Gefangener. Und dann habe ich schon gewonnen. Okay, die brauchen 500 Schaden, bis das Ding kaputt ist. In diesem Fall liegt hier so ein Affetit-Einzug auf einen späteren Zeitpunkt in der Runde. Dann noch lieber erstmal dafür sorgen, dass die anderen möglichst nicht allzu viel anstellen können. Hinter den Dingern sind sie auf jeden Fall geschützt, aber die können mich angreifen, was ich nicht so gut finde. Achso, die anderen hätten vielleicht auch von der Ferne aus angreifen können. Na gut. So, jetzt den nächsten. Ach, die können einfach durch die Dinger durchlaufen. Dann ist es ja eh egal. So, 3 von 16. Findet ihr eine Einheit Orkischer Gefangenen. Das sind die Orkischen Gefangenen. Okay, hat leider nicht gereicht. So, das sind die Kampfziele. Jetzt habe ich doch schon eine. Achso, das ist dann wieder nicht die Einheit, sondern das ist dann die gesamte Truppe, die letztlich erledigt werden soll. So, 1 bis 2. Das ändert nicht viel. So, die werden dann auf jeden Fall weg. Die werden noch nicht weg. Okay. Gut. Ist damit die Schlacht jetzt schon zu Ende? Ja. Okay, dann muss ich das zumindest nicht bis zum Ende durchspielen. Allerdings habe ich da natürlich auch die Einheiten verloren. Boah, neuer Versuch. Nee, auf keinen Fall. Signalgeber. Signalgeber. Gut, damit habe ich mit dem Signalgeber gesprochen. Und er hat das Feuer entzündet. Da ist Holz. Also endlich mal eine der Ressourcen zum Einsammeln. Allerdings ist es natürlich in der Hinsicht, wie gehabt, wieder ziemlich mühsam, mit diesen kleinen Sachen dann ausreichend Material zusammen zu bekommen. Das tatsächlich für einen Ausbau in der eigenen Stadt reicht. Ja, da bin ich wieder. Schweigt diese Aufstellung. Es ist eine Schande. Eure Achtlosigkeit hat bereits genug Unordnung verursacht. Ich habe eine Armee ausgesandt. Oberaufseer, Attack. Jawohl. Das sind gefährlich und gut eine gute Jagd. So, nochmal zwei Baugenehmigungen und wieder 60 Holz. Such den Sägewerksarbeiter. So, naja, mal schauen. Ist alles noch nicht aktiviert. Na. Seid ihr für neue Abenteuer bereit? Ja, immer doch. Da gibt es wieder mehr Gold. Und da gibt es eine Schlacht. Normal. Spieler einladen. Helden-Namen ist unzulässig. Coop-Auto-Auftrag an. Fällt einmal eine Schlachtnacht für Gruppenmitglieder ein aus. Gruppenmitglieder werden automatisch eingeladen, sich euch anzuschließen, wenn ihr eine Schlacht zieht. Aha. Das sind jetzt Guhule. Ja, flüchtige Guhule. Das ist auf jeden Fall dann schon mal Teil der einen Mission, dass ich die abschließen kann. Beziehungsweise, dass ich die... Ja, den Bonus dann bekommen. So, 6 bis 8. 6 bis 7. Ne, kann ich sie nicht angreifen. Schwache Zersetzungen. Genau, da waren jetzt schon 16 von, ich weiß nicht, irgendwas um die 40. Das ist dann, der eine ist geschützt, der andere ist zumindest nicht so stark geschützt. 29 von 43. Okay, jetzt ist das ziemlich gleichwertig. Okay, jetzt hat er bei mir auch Zersetzungen gemacht. So, hinten, Rückseitenangriff, Rückangriff. Von hinten an Seiten bringt auf jeden Fall einiges mehr an Schaden. So, bin ich schon wieder dran. Oh, was ist das jetzt? Da drucken immer mehr Feinde niedermachen, weil ich der Gegner zurücknehme, der seinen Rückzug an. Ne, noch nicht. Ich möchte nämlich ganz gerne noch die Wiederbelebung machen. So, die 4 auf jeden Fall. Da gibt es dann keinen Gegenschlag mehr. Und für euch dann auch ein bisschen Schutz. Und jetzt hier nehme ich die Wiederbelebung. So. Okay, nochmal kann ich nicht einsetzen. Das dauert noch eine Weile. Beursacht Schaden. 411. Und das ist, fügt einen anvisierten und gesteigerten Schaden zu. Gut. So, von euch jetzt von der Seite angreifen. Und da brauche ich auch. So, der ist noch nicht wieder verfügbar. 9 bis 11. Hm. Einen zusätzlichen Zug nach ihrem ersten Zug. Naja, warte mal bitte noch. Achso, kann ich ja eben die Runde eh nicht aussetzen. Wann musst du diese Runde aussetzen? Okay, jetzt kann ich noch wieder ein paar beleben. Die Frage ist natürlich, ob das jetzt insgesamt was gebracht hat. Sind immer noch plus 34. War wohl keine so gute Lösung. Schade. Habe ich jetzt von den anderen noch ein paar verloren. Statt die anderen wiederbeleben zu können. 31. Oh. Na gut. Stufe 5 erreicht. Etwas mehr Glück. Kreaturenzahl. Basis verbessert. Und ihr könnt jetzt in die Arena ziehen, wo ihr euch mit anderen Spielern in epischen Duellen messen könnt. Sehr schön. Sucht Sägewerksarbeiter. Und dann geht's los. Geht zum Startergang der Provinz. Baut eine Arbeitgilde Holz. Arbeitgilde Holz. Sucht auch Apotheker. Gut. Gut. So weit. So schlecht oder gut. Je nachdem. Okay, da komme ich noch nicht durch. Blockiert. Und auf der Tafel ist aber jetzt eine Aufgabe abgeschlossen. Beenden. Dann muss ich die Aufgaben im Aufgabenprotokoll ein. Ausblenden. Okay, mehr als drei Aufgaben kann ich nicht anzeigen. Gibt es jetzt eigentlich eine neue Aufgabe? Ne. Vier von fünf sind noch da. Gut. Also zurück zur Stadt. Ach nee, ich soll ja den Apotheker aufsuchen. Kostumsportal. Ne. Baut in der Stadt eine Arbeitgilde Holz. Arbeitergilde. Bauen. Ja, das dauert noch elf Minuten, bis die ersten fünf da sind. Und die von der Garnision kann ich inzwischen schon mal aufstoppen. Ah, 210 ist jetzt das Maximum. Das heißt, immer das Dreifache der maximalen Einheitenmenge. Das heißt, ich kann die dann in der Form sozusagen drinnen lassen. So, jetzt brauche ich noch zwei weitere Stufen, damit ich dann eine weitere Einheit befehligen kann. Gucken, kann ich die Map auch von groß aufrufen? Ja. Okay, da bin ich. Schrein der Macht der Göttlichen. Garde für der Oryk. Apotheker. Aufgabentafel. Gut. Dann müsste ich doch da jetzt eigentlich schneller hinkommen, wenn ich da wieder reise. Dann bin ich doch hier schon, das war der, Moment, weißt du, der Apotheker? Ne, das ist der Heldensiegelhändler. Da oben ist der Apotheker. Vielen Dank für euer Kommen. Meine Lieferung ist nicht angekommen. Ist doch schon gut. Ich besiegt zum Flüchtlinge und dann soll ich das Artefakt besitzen. So, und jetzt war hier noch der Göttgott für Oryk. Das heißt, hat der auch noch eine Mission für mich? Siegt Hafen aufständische. Okay. Ich habe da eine freiwillige Nebenaufgabe übernommen. Die meisten Nebenaufgaben können täglich erfüllt werden und bringen wertvolle Belohnungen. Hauptaufgaben des Rituals. Gefriedet den Hafen schon wieder. So, die muss ich dann ja nicht drin lassen, dann kann ich ja die drin lassen. Achso, die ist sowieso drin. Okay, ich kann noch maximal drei. Gut, dann habe ich den jetzt. Tagesaufgaben 1 von 3 und Startaufgaben 4 von 5. Und immer noch erstes Kapitel und die Hauptaufgaben. Okay. Hier war der neue Gold. Oh, da gibt es Holz. Leicht. Dieser Feind ist stärker als ein gewöhnlicher Feind. Ihr könnt einen anderen Helden einladen. Ey, wieso? Der ist doch eh schon leicht. Kann ich doch direkt... Ah, okay. Was war das? Siegt in dieser besonders schweren Schlacht und erlangt Ruhm und Reichtum. Akzeptiert die Herausforderung und die eure Feinde für euch darstellen. Nach einer Standardstatt erhaltet ihr Artefakte und Erfahrungen. Gefahr normal. Gefahr normal. Verluste. Findend Eingang in die Rang... Rats... Rats... Rangliste. Sie bringen überragende Artefakte und mehr Erfahrung ein. Ne, erstmal die normalen, erstmal noch, um leichter aufzusteigen und hoffentlich nicht allzu viele zu verlieren. Und... So, wer sind zuerst? Die beiden. Okay, die 72er können mich in der ersten Runde schon angreifen. So, ich kann 12 bis 14 von denen besiegen, das heißt 457 Schaden, wobei ich hier ja gleich ein bisschen mehr Schaden machen kann. Und für die gilt dann das Gleiche. Gut, die können jetzt eh nicht angreifen. Dann wartet mal, bis die anderen gezogen haben. Flankenangriff kannst du von da aus nicht machen. Umschlingende Sperre fügt der angesiederten Einheit Fernschaden zu und belegt sie mit Umschlingen. Umschlingen vermiedert die Zugfahrt und zwingt die angesiederten Einheit zu Boden zu bleiben, sodass sie nicht mehr über Hindernisse hinwegziehen kann. Klang, klang. Da ist die Stunde vorbei. Dann werde ich den Kampf noch abschließen und dann die Session auch beenden. Drei bis vier und sonst sieben bis acht. Umsreichweite vier. Initiative minus vier. Das wäre natürlich auch nochmal praktisch. Weil dann käme die Einheit eventuell auch gar nicht so weiters dran. Kommt trotzdem dran. Na schön. Dann wieder den vergrößerten Schaden. Und die Einheit möglichst stark zu schwächen. So, der kann jetzt nicht von hinten angreifen. Zumindest schon mal von der Seite. Naja. So, das heißt, bei dem kann ich jetzt eigentlich gleich mal gucken. Das heißt, die sechs werden auf jeden Fall noch zu viel. Dann lieber bei dem noch ein bisschen vermindern. Sind das eigentlich für Boni? Der bleibt auch von hinten an. Okay. Kannst von hinten angreifen. Zwölf bis 15. Hinterrücksangriff. Sehr schön. So, du brauchst auf jeden Fall ein bisschen Abstand. Und könntest dann aber bei dem einen Flankenangriff durchführen. Oh, sie geben schon auf. Na gut. Heldenstein der, Brunenstein der Heldenunterstützung. Das ist eben immer der Nachteil beim Aufgeben. Dass die dann, dass man dann nicht mehr die Wiederbelegung machen kann. Aber jetzt zwei Holz. Ne, 13. Und 14 Holz. Na, das ist ja schon mal ein bisschen mehr. Gut, aber soviel jetzt für heute. Das war sozusagen der erste Einstieg und Anfang in Heroes Online. Und ja, wenn ihr selber Lust habt. Also ihr könnt es entweder über Steam spielen oder auch direkt mit Uplay Account. Oder auch, ich glaube, Facebook und Google oder so weiter konnte man sich auch direkt mit einloggen. Aber ich finde es eh immer sinnvoller, wenn, dann doch lieber eigene Accounts zu nutzen. Damit die Daten nicht überall an einer Stelle zusammenlaufen. Also soweit für die heutige Folge. Ein kleines, ja, Rundenstrategiespiel. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.